Alex, wachtest du bitte eben, weil deine Freunde aus Afrika dazukommen. Der Alex ist gebürtig aus Ghana und die beiden anderen, ich habe gerade schon gesagt, ich kann mir afrikanische Namen nicht merken. Katja, kannst du das bitte wieder übernehmen? Der Walnesi und der Zagak, die sind aus Levitrea. Dankeschön. Ich möchte uns einmal auffordern, ein kleines Geburtstagsspektiv für den Alexander zu trellern. Ja, der Alexander hat nämlich heute Geburtstag und ich habe ihn gerade gefragt, Alex, wie ist das? Magst du das so, so in der Öffentlichkeit, dann so ein Geburtstagsstädchen zu empfangen? Und er hat gesagt, ja, ich freue mich.